Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge No Rest for the Wicked. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen hier vorangeschlagen, ein bisschen die Ausrüstung aufgebessert, so wie wir konnten. Und ein paar Tode gesammelt. Und jetzt gehen wir mal hier mal weiter. In der Hoffnung, dass wir nicht mehr so viel sterben, wollte ich sagen. So, hör auf zu brennen. Danke. Warte mal hier. Grimmrettich. Ist hier noch irgendwas Tolles? Ne, aber da unten ist zumindest schon mal wieder ein Böser. Wir gucken mal. Aua. Mein Gott. Lass mich mal eben hier rüberlaufen. Bitte, danke. 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 So. Gut. Toll. Nee. Können wir nicht. Fängt gut an, die Folge. Fängt gut an, die Folge. Du bist hier kein verfickter Speicherpunkt. Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Aber ich muss da runter. Um da irgendwie hinzukommen. Vermutlich. Ja, Mann. Ja, ich fürchte auch, dass es wieder passiert. So. Sorry für die kurze Unterbrechung. Da wurde an meine Bürotür geklopft. Wir laufen wieder. Laufen, laufen, laufen. Macht Spaß. Das hat aber auch keinen Speicherpunkt irgendwie. Das neft schon ein bisschen. Aber der kommt bestimmt. Wir müssen uns da nur durchkämpfen. Vielleicht ist die Quest aber auch zu schwer. Weil das Spiel zu schwer ist oder so. Nein. Vielleicht muss man erst Richtung Osten raus. Bevor man hier lang gehen kann. Weil man dann stärker ist. Aber wir probieren es jetzt noch einmal. Und gucken, wie weit wir kommen. Da da da. Haufe? Schaufel. Gar nicht gesehen. Ich kann schaufeln. Ja, jetzt auch. Genau. Bäume fällen. da müssen wir erstmal ein bisschen faden gehen oder so kann natürlich auch sein oder ich glaube einfach vor den weg ich glaube einfach vor dem weg hier, pass auf, haha guck mal einfach weglaufen das ist der Trick, den kriege ich ja wohl so, was ist mit lustig? Umhang des Anzünders, kann der was? Oh der kann aber richtig was? Ja pass, gut schon mal einen Schritt weiter, ist doch schon mal gut und mit Ruhe einfach mal an den bösen Buben vorbeilaufen, dann ist der Trick, ich sage es euch aber hier runter ah guck mal, hier sind wir alles klar okay, dann sind wir aber wahrscheinlich hier lang der ist ein bisschen größer das ist aber unangenehm okay Was? Was? Okay, 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 okay. Ah, viermal. Oh, das ist jetzt doof. 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 Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Okay. Oh, das ist doof. 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 Macht aber nix. Eben einmal was kochen und dann machen wir mal weiter. So. Dieses Stück kann ich mal... Könnte ich jemanden rüberladen? Naja, macht nix. Ja, ich kaufe... ...den... ...und... Äh, was haben wir denn hier? Pinze mit Krämpfe... Guck mal. Das kann verkauft werden. Das kann verkauft werden. Das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Können wir noch überladen? Wie das denn? So oft das... Die ganze Zeit hat das gar keinen Einfluss, ne? Sondern... Ah... Ich verstehe. Das müssen wir mal eben hier... ...leichter machen. Ich verstehe so langsam wie das funktioniert. Aber jetzt bin ich noch nicht mehr überladen. Na wahr. So, dann probieren wir dann nochmal... ...den Kollegen da... ...um zu mieten. Und ich da auch durch, ne? Dann hier hoch. Oh... Der war unser letztes Flüsser. So... Gucken wir mal. Ich halbe mich ja jetzt quasi automatisch beim Schaden machen. ... ... ... Ich hoffe es hat mich. ... Das war's. 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 Ah! Oh, wasser? Oh, 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 oh. Oh, damn, Mann. Okay, 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 okay. Ein Versuch noch, Leute. Ein Versuch noch. Auch wenn ich gerade nicht viel rede. Das ist ganz schön anstrengend. Ein Versuch noch. Einfach nie treffen lassen. Das ist der Trick. Ja gut. Das war gar nichts. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen uns equippen. Das schaffen wir heute nicht. Nicht in dieser Folge. Aber die Schnellreise schaffen wir noch in dieser Folge. Gut. Okay. Also. Den Dicken machen wir irgendwann mal platten. Muss noch ein bisschen üben. Ein bisschen equippen. Ein bisschen leveln. Aber. Alles weitere in den nächsten Folgen. Bleibt dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Sayin. Ciao, ciao. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.